Vor nicht allzu langer Zeit war Fernsehen noch langweilig und öde. Doch dann kamen... Eine Serie, die Fernsehgeschichte schrieb. Ich bin Mark Simpson und wer bist du? Jetzt zum allerersten Mal auf DVD. Die gesamte erste Staffel der beliebtesten Zeichentrickserie aller Zeiten. Was? Die Simpsons Season 1 Collectors Edition. Nur auf DVD. Aber mir wird ganz schwindelig. Mit speziellem Zusatzmaterial wie Kommentaren von Erfinder Matt Troning und seiner Crew. Mit unveröffentlichten Szenen, einem Blick hinter die Kulissen, Ausschnitten in anderen Sprachen. Und viel, viel mehr von der gelben Familie, die die Welt veränderte. Ihr habt warm in eurem Namen, der darf gelohnt euch bald. Jetzt flippt doch nicht gleich aus. Die Simpsons Season 1 Collectors Edition. Demnächst auf DVD. Ich rate Ihnen, sich zu beeilen. In 10 Minuten werden die Hunde losgelassen. Oh je!